In Rheinsdorf kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Dieser versuchte die Lösnitzer Straße in Richtung Zwickau-Ost zu überqueren. Dabei übersah er einen LKW Volvo. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und verletzte den 57-Jährigen. Eine Ursache hier, Teufel Alkohol beim Fußgänger. Aber auch der LKW-Fahrer wird einiges zu erklären haben. Zum Unfallzeitpunkt wies sein Fahrtenschreiber eine Tageslenkzeit von ca. 14 Stunden auf. Und dies ist laut gesetzlichen Bestimmungen eindeutig zu viel. Weiterhin zeigte das Schaublatt, dass der LKW bei den dort erlaubten 50 kmh mit zu Buche stehenden rund 80 kmh eindeutig zu schnell unterwegs war.